Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astro Rod unterwegs. Heute mal wieder auf dem PTR zu Patch 8.1. Und zwar geht es heute um den, ja, Azurid-Händler, den neuen. Und diesmal habe ich mich entschieden, euch das Ganze von der Horn-Seite aus zu zeigen. Den Duplonen-Händler hatte ich ja bei der Allianz einmal gezeigt und ich dachte mir, komm, jetzt zeige ich das Ganze mal von der Horn-Seite aus. Wo sind wir genau? Wir sind einmal in Daza-Alor, hier unten bei den Koordinaten. Ja, ich habe hier keine Koordinaten. Okay, PTR, ich habe keine Addons, ich vergaß. Also hier unten da, wo quasi auch der Bonus-Roll-Händler ist und der Transmog-Typ, sollte der ein oder andere wahrscheinlich kennen, der sich schon mal einen Bonus-Roll geholt hat. Bei der Allianz ist das gleiche Pandor dazu, einmal hier in Boralos und zwar, wenn dann in der oder der Hütte, also da, wo man auch quasi die Bonus-Rolls bekommt. Gut, was hat der nette Händler uns anzubieten? Das ist der falsche, der gibt die Bonus-Rolls, dieser Händler. Das soll übrigens der gleiche sein, der auf der Windika ist, ne? Also den schleifen wir mit seit, ähm, seit dieser verhehrten Küste. Da hatten wir ihn dann auf der Windika und jetzt ist er hier anscheinend auch nochmal. Ich weiß nicht, ob der genauso hieß, mir wurde es gesagt, dass das der gleiche sein soll. Sieht zumindest gleich aus, ist auch so ein Astraler. Und der verkauft uns jetzt für eine neue Ressource, die ich nicht aussprechen kann. Azerit, Impuriti, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist aber egal. Auf jeden Fall, für eine neue Ressource verkauft uns verschiedene Items. Wir kriegen diese Ressource durch ein paar verschiedene Wege. Und zwar ist die in unserer Mythic-Plus-Chest drin. In der Mythic-Plus-Chest ist es jetzt so, dass keine Azerit-Pieces mehr drin sind. Was sind die Azerit-Pieces? Wir haben einmal den Kopf, die Schultern und die Brusten. Ihr seht, ich hatte jetzt mit dem Chart, den ich auf meinem PTR kopiert habe, habe ich ja schon zwei Teile, ähm, 385 aus der Kiste rausgekriegt. Die können nicht mehr drin sein in der Kiste. Ihr kriegt jetzt auf jeden Fall immer eins von den anderen Teilen. Also heißt, Handgelenke, Trinket, ne? Ich glaube, eine Waffe kann auch drin sein. Ringe, irgendwas von dem Zeug bekommt ihr. Und zusätzlich jedes Mal quasi diese Ressource. Die Anzahl der einzelnen Items, die quasi in der Kiste drin sind, hängen davon ab, wie viele oder was für eine Schwierigkeitsstufe ihr gelaufen seid als höchstes. Heißt, wenn ihr eine Zehner lauft, kriegt ihr wesentlich mehr, als wenn ihr eine Fünfer lauft. Dürft ihr klar sein. Und mittels der Ressource können wir dann Items kaufen. Für 125 können wir einen quasi hier einen Random-Hand-Teil kaufen. Das sind dann quasi alle Items, die in den Dungeons droppen können. Also in den BFA-Fünf-Mann-Dungeons. Dann gibt es das gleiche für Schultern und das gleiche für Brust. Dann geht es bei 400 weiter. Kann man sich auch wieder alle drei Items einmal ein Random-Dings kaufen für 400. Und dann gibt es selbiges nochmal für 385. Was man schon weiß von der Höhe etwa, wie viel man aus der Kiste rauskriegt, ist, man soll anscheinend eins von den 3,85ern kaufen können, alle zwei bis drei Wochen, wenn man immer eine Zehner läuft. Heißt, wenn man eine Zehner rennt, braucht man zwei bis drei Wochen, um sich hier ein Teil kaufen zu können. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, und zwar könnt ihr euch ein bestimmtes 3,85er-Item kaufen. Also sprich, es gibt hier jedes Item einmal, was ihr in den Fünf-Mann-Instanzen gedroppt bekommen könnt. Hier einmal drin, ihr könnt hier natürlich auch umstellen. Gut, Speck dürfte jetzt egal sein. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt alle mache, dann, ja, okay, dann kriege ich auch, theoretisch könnte ich mir dann auch eins von der anderen Klasse kaufen, was halt überhaupt keinen Sinn macht. Aber hier sind auf jeden Fall alle Items drin. Die kosten dann aber 3.250, und wenn ihr jetzt rechnet, hierfür braucht ihr zwei bis drei Wochen, ja, und das ist fast das, naja gut, nicht ganz, aber fast das Dreifache, dann wisst ihr, wie lange ihr für ein bestimmtes Item sparen müsstet. Ich finde das System gut gelöst jetzt in dem Fall, weil man sich, wenn man wirklich ein ganz bestimmtes haben will, kann man lang sparen und kriegt das auf jeden Fall. Und wenn man ein bisschen gambeln will, dann geht man halt auf die Items. Und auch für Twinks ist es nicht schlecht. Wenn man jetzt einen Twink hat, der geht immer ein bisschen eine Lowere in die Sack, eine Fünfer oder Sechser, irgendwann kann man sich dann vielleicht nach vier oder fünf Wochen, kann man sich aber dann trotzdem ein High-Level-Item kaufen, oder vielleicht für jemanden, der einfach nur Casual spielt, und sich aber so als Langzeitziel mit Loadingern sich irgendwann ein gutes Item zusammenbastelt. Das finde ich eine schöne Sache auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, es gibt noch andere Wege, quasi an diese Münzen hier ranzukommen. Und zwar könnt ihr unter anderem auch Azerid Gear in diesem Scrabber klein machen und bekommt dann anscheinend auch ein paar von diesen Teilen raus, ist aber abhängig davon, wie hoch es vom Item-Level ist. Wichtige Information hier am Rande, das soll anscheinend nur mit Items gehen, die ab 8.1 gedroppt worden sind. Heißt, ihr könnt jetzt nicht irgendwelche Low-Items bunkern und die dann alle klein machen. Das geht nicht, sondern wirklich nur mit Items, die ihr dann bekommen habt. Ihr könnt ja dann aus Mythic Plus dementsprechend solche Items nicht mehr kriegen. Also die könnt ihr nicht klein machen. Das Einzige, was dann geht, wäre Mythic Plus 0, dass ihr das durchrennt. Es geht übrigens nur mit epischen Items, sollte ich noch dazu fügen. Ihr könnt dann quasi alle Mythic Plus 0 laufen und die klein machen. Das soll aber relativ wenig bringen, so wie bis jetzt das angekündigt worden ist und wahrscheinlich dann auch die Raid-Items, dass ihr die klein machen könnt und dann auch auf eure Ressourcen kommt. Ja, ich finde es ein ganz nettes System. Ist auf jeden Fall besser gelöst als, ja, wie es gerade der Fall ist. Ich hatte bis jetzt nicht das Problem mit den Azerid-Items, weil ich, wie ihr seht, Glück hatte. Ich habe zwei aus der Zehnerkiste rausgezogen. Es gibt aber sicher relativ viele andere, bei denen das Pech, ja, mehr angesiedelt war als bei mir und dementsprechend, die vielleicht auch wirklich ein ganz bestimmtes brauchen, weil zwischen Bis-Stat und, zwischen Bis-Trade und dem Schlechtesten wirklich ein großer Unterschied ist. Ist jetzt bei mir und beim Raid-Tank nicht der Fall. Aber es gibt da sicher die eine oder andere Klasse, die unbedingt eins brauchen und sonst, ja, im Mythic Plus oder im Raid nicht wirklich mithalten können. Und hier kann man sich jetzt was Bestimmtes aussuchen. Finde ich eine gute Sache. Mich würde interessieren, was ihr von dem Ganzen haltet. Und ja, damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein wenig weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich um eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.